Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt drei Gründe, warum ich als Kleinunternehmer und parteiloser Schweizer Bürger die Vollgeldinitiative unterstütze. Erstens, ich arbeite gerne. Aber weder ich noch meine Mitarbeiter arbeiten gerne für Geld ohne Gewähr. Denn die heutige Organisation des Währungssystems ist schlicht eine Zumutung für alle Menschen, die mit ehrlicher Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Zweitens, ich möchte einen fairen Wettbewerb innerhalb der realen Wirtschaft. Wenn die freie Marktwirtschaft tatsächlich den Besten belohnen will, dann brauchen wir Vollgeld. Wir dürfen nicht weiter zulassen, dass Privatbanken über die Geldschöpfung Managerlöhne finanzieren und dann auch über Eigengeschäfte auch noch direkt in die reale Wirtschaft eingreifen. Drittens, als Schweizer Kleinunternehmer bin ich auch Bürger der weltweit einzigen direkten Demokratie. Diese direkte Demokratie hat gerade deshalb so gut funktioniert, weil wir während 150 Jahren das Geldsystem und die Geldschöpfung über staatliche Banken, also Kantonalbanken und Nationalbanken organisiert hatten. Es ist für mich unzumutbar und unhaltbar, dass die Geldschöpfung schleichend an Private übertragen wurde. Die Geldschöpfung an Private ist aus demokratischer Sicht ein ordnungspolitischer Fehler. Diesen Fehler können wir mit der Vollgeldinitiative korrigieren. Und ich empfehle Ihnen, dieses zu unterstützen. Die Geldschöpfung an Private Banken mag in einer Oligarchie der richtige Weg sein, aber nicht in der Schweiz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020